Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Video über MAC Produkte, verschiedene MAC Produkte. All die ich zeige, sind eigentlich ziemlich neu. Ich habe eigentlich, also mag eigentlich ziemlich jede, mag es. Ich habe jetzt nicht, dass ich sage, MAC sind die besten Produkte oder nur MAC. Ich habe was von Essence, von Nas, von Catrice, alles durchgemischt, aber dass alles neu ist. Wollte ich das zeigen, vor allem die Lippenstifte, weil, ja, ich finde, wenn man es sich im Internet ansieht und dann in live, ist es ein kompletter Unterschied. Oder es spricht meistens nicht die Realität und im Video sieht man es besser. Ich meine, natürlich auf jeden, bei jedem Hauttipp sieht es anders aus, das ist eh klar, aber trotzdem, genau, Film sieht es, also aufgenommen im Video sieht es meistens realistischer aus, als auf irgendwelchen Fotos aus dem Internet. Genau. Den, den ich heute drauf habe, der ist nicht von MAC, voll lustig. Aber ich habe mich vorher geschmückt, bevor ich entschieden habe, dass ich dieses Video mache. Der ist von Lancôme. Der ist auch, wow, toll. Die Art, wie das matte finish ist, ist super. Ja, wirklich super. Na gut, dann fangen wir mal an. Mit der Farbe, genau, ich werde nächstes Mal, aber die habe ich jetzt nicht da, weil ich bin gerade bei meiner Mama. Die anderen, die sind auch schon in Verwendung, aber einfach die anderen Make-Lippenstifte, die ich auch habe, vielleicht mal herzeigen. Ja, damit man die Farbe gut erkennen kann. Ah ja, echt. Äh. Es ist irgendwie lustig, mit der Kamera zu sprechen und ich habe jetzt eine wirkliche Kamera, das ist nicht mein Handy. Die Kamera habe ich eh schon länger. Ich hatte ja schon damals, damals, meine Freunde sagen immer, kommt zum Punkt. Damals eine Kamera, also Fotokamera. Und dann, wo ich eigentlich praktisch viel von meinem Essen so gefilmt habe, habe ich mir gedacht, ich mag das schon so irgendwie so wie machen. Und habe jetzt eine Sony ZV1. Genau. Ich meine, ja, manchmal denke ich mir, eh toll, aber irgendwie die ist sehr genau. Also Zune habe ich nicht gegeben, sonst sieht man all die, ja, so wie es halt in der Internetwelt ist. Ähm, ja. Aber jeder hat Poren. Und so weiter. Na gut. Eine erste Farbe, Metal Brown Leader. So sieht der aus. Sieht ziemlich hell aus, aber mit einem tollen Lip Liner, auch bei meiner Hautfarbe ist sehr gut. Ähm, genau. Fokus, Fokus. Man kann es eh nicht lesen. Ah ja, und ich versuche für mich hochdeutsch zu sprechen. Ich rede jetzt eh nicht wirklich im Delict, aber ja. Okay. Die nächste ist ähm, ähm, Wack, 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 wenn ich es richtig ausspreche. Powder Kiss Lipstick. Da siehst du auch, der ist auch, wow, wunderschön. Ja, das funktioniert ziemlich gut mit der Kamera, dass wenn man ein Objekt dahin hält. Und der letzte ist, äh, Smooth Purple Matte Lipstick. Ich hatte mal einen vor Jahren, den habe ich von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber irgendwie, ähm, sah der anders aus. Der war matt und ein bisschen rötlich, aber erinnert mich dran, weil es gar nicht mehr wieder geheißen hat. Genau. Dann noch einen Retro Matte Liquid Lip Color. Ja, wir haben ja schon gemerkt, ich mag eher so, ähm, dünkle, rot bis violett. Ja, was lustig ist, ich habe mir von Fenty Beauty, ich war zum ersten Mal in dem Sephora, und da habe ich mir von Fenty Beauty diesen gehypten, ähm, den matte Lippenstift gekauft, aber eben nicht in rot, weil der finde ich viel zu knallig ist, und mein Hautfarbe einfach nicht passt, in so einem braunen Ton, im Store, mit dem Licht sah er super aus, und jetzt in Realität zumindest nicht den Preis wert, ähm, genau. Was soll ich noch sagen? Genau, und dass ich einen anderen Mac Lipstick habe, der sogar ein bisschen besser passt, und nicht ganz so teuer war, wie der von Fenty. Genau. Spügeln ein wenig. Oh, jetzt gefällt es mir ein, ich habe das Mikrofon vergessen. Ich habe noch zu der Kamera ein dazugehöriges Mikrofon, aber das habe ich vergessen. Na gut, das nächste Mal dann. Genau, das waren die Lippenstifte. Jetzt kommen wir, ähm, Mac Fixing Spray, verwende ich auch öfter. Das ist, äh, einer meiner Lieblings Fixing Sprays. Genau, da gibt es das normale. Also hier habe ich Lippen, eine neue. Das ist ja noch matt, das ist nicht mehr matt, weil ich immer mit meinen Make-up-Ölfingern dran rumgreife, aber da. Wunderschön. Ähm, genau, und das gleiche gibt es auch, den Fixing Spray in the Rooms. Ja. Machen wir gleich. Bisschen was im Mund gelandet. Genau. Das ist nicht neu, das habe ich zwar schon länger, aber auch kann ich sehr empfehlen, ist, ähm, auch von Mac. Dieses Make-up. Das passt perfekt zu meiner Haut irgendwie. Und mit dem Puder einfach ein Traum. Genau, ich hatte zuerst dieses Puder vor, dieses Puder von Mac. Ja, es ist einfach, jetzt von dem habe ich die Verpackung nicht mehr, von dem neuen, zumindest gerade nicht da. Das dunklere, aber, ja, wie ihr Europäer, ich finde es immer lustig, und ich sage jetzt Europäer, weil einfach, also, wie ihr Hellhäutigen, ich hoffe jetzt niemand fühlt sich wieder diskriminiert, weil heutzutage darf man vieles nicht sagen, schon sage ich, ich weiß nicht, ähm, die lachen, wenn ich sage, dass ich im Sommer dünkler werde, und ich so, ihr werdet auch auch dünkler im Sommer, und das ist ganz klar, aber, wir sind zwar sehr dünklementiert, aber es geht noch dünkler, also, ich bin, genauso wie die meisten, hellhäutigen, im Winter heller und im Sommer dünkler, ich war letztes Jahr im Senegal, das hat 60 Grad gehabt, und ich war wirklich im Kohlrahm schwarz, ich glaube so, wie der Lippenstift ist, ähm, genau, deswegen eben, hatte ich erst das dunkle, aber das ist, äh, ja, gerade zu dieser Jahreszeit zu dunkel, und habe das da, die Verpackung, habe ich, das, genau, das ist, NW58, und das ist, ähm, ist das verkehrt, ähm, NW50, und das ist ein wenig heller, ich finde, es geht jetzt gar nicht um die Farben, weil einfach, dass diese Produkte einfach super sind, was muss man sagen, bezahlte Werbung habe ich ja letztes Mal gekauft, ähm, wie gesagt, einfach die Farben, dass man sieht, wie es im Video aussieht, genau, dann noch, äh, 24 Stunden, äh, Smooth Wear Concealer, das verwende ich am Anfang so zum Highlighten, und das auch, also ich mische es, diese zwei Farben sind optimal für mich, genau, ja, meiner, einer meiner Lieblings, äh, Highlighter, von MAC, ist, ähm, Oh Darling, der hat leider gelitten, ist mir auch wegfallen, also hinuntergefallen, und, ähm, seitdem ist er kaputt, ich hatte noch einen anderen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der war eigentlich für meine Hautfarbe ein bisschen zu hell, also so Goldtöne sind ziemlich toll für dünklere Haut, ja, ah ja, genau, ich dachte, wir sind schon fertig, aber ich habe noch die Connect In Color Palette, weil das einfach so, so, so schöne Farben sind, ähm, ich habe so irgendwelche Farben von Revolution, glaube ich, genau, Revolution ist die Palette, das sind auch super Farben, sehr pigmentiert, und sieht voll toll aus, und jetzt habe ich eins von MAC, also, so sieht die Verpackung aus, also ich habe sie jetzt gerade geöffnet, weil ich gesprochen habe, ähm, genau, zwölf Farben, hinten ist es auch noch beschrieben, genau, so schaut das dann aus, genau, und die Farben sind einfach ein Traum, das ist, wow, ja, ein großer Spiegel dazu, ja, das waren die MAC Produkte, die ich neu habe, und eigentlich auch verwende, ähm, ich habe jetzt, habe ich mir noch diese, ähm, MAC Stacks, was gerade, glaube ich, heißt die, kaufen soll, weil die ja so, so super sein soll, ähm, genau, aber meine Schwester, die so einen Schmink vorfinde, es gibt ja so eine von Essence, und die soll ziemlich gleich gut sein, und bei mir ist es eigentlich eh ziemlich egal, welche, wie gut ich nehme, meine, Nymphen lassen sich ziemlich gut tuschen, deswegen, habe ich die nicht genommen, aber das sind zugenommen, meine MAC Neuheiten, und vielleicht das nächste Mal ein Video, ähm, von den anderen MAC Lippenstiften, dass man, eben wie gesagt, einfach sieht, wie es aussieht, äh, dann, ja, hat es mich gefreut, und bis zum nächsten Mal, bye bye, und schalten, und schalten, so, und, so,